Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und hier dir diese Sendung ansehen möchtest zum Thema Lichtkörperprozess. Ja, der Channeling-Kongress findet einmal im Jahr statt. Mit dem Channeling-Portal sind wir aber jede Woche für euch da. Und das nicht alleine, sondern in einem Team von über 60 Referenten, Medien und Experten, die alle gemeinsam in sich das Licht tragen und hinausstrahlen möchten in die Welt. Und dein Licht, was du in dir trägst und was jeder Mensch in sich trägt, verstärken und gemeinsam in die Welt hinausbringen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Motivation. Und so freuen wir uns halt, dass wir das gemeinsam mit wundervollen Menschen machen können, die wir euch natürlich auch gerne auf diesem Kanal immer wieder vorstellen möchten. Und so freue ich mich heute ganz besonders, den Roland Jundt vorstellen zu dürfen aus der Schweiz. Lieber Roland, schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ganz herzlich willkommen und ja, schön, dass ich dabei bin. Und du hast das wunderbar gesagt, Kai, das mit dem Licht in die Welt tragen und dass jeder da dazu beiträgt. Wirklich wunderbar. Ja, passt ja auch super zu eurem Lichtportal. Das hast du ja mal mit deiner Frau Beatrice zusammen gegründet. Ihr kommt aus der Schweiz. Ihr seid beide Therapeuten. Du machst viel Energiearbeit, aber auch Familienstellen. Euer Ziel und eure Motivation ist ja auch besonders nochmal eben diese Verbindungen auch innerhalb der Familie zu stärken und nach vorne zu bringen. Ihr habt ganz viel wundervolle Seminarangebote. Wie bist du denn aber mal zu deiner Feinfühlig-Hellfühligkeit gekommen, zu deiner Sensitivität? Wie hat sich das bei dir alles entwickelt, dass du auch als Medium letztendlich bei uns ja mit beim Channeling-Kongress dabei bist? Uff, eine lange Geschichte. Und wenn ich das kurz fassen möchte, ist es sicher durch eine sehr schwierige Beziehung geschehen, die ich als, ich weiß gar nicht mehr, 25 war ich, glaube ich. Und diese Freundin hat mich sehr herausgefordert, hat mich vollständig in Frage gestellt. Und das war dann der Anlass, dass ich natürlich ja ein bisschen über mich reflektiert habe, dass ich in die Therapie gegangen bin und so Seiten an mir entdeckt habe, die ich so gar nicht gekannt habe. Also viel Schattenarbeit ist aufgetaucht. Und dann habe ich mich interessiert für die ganze Spiritualität, habe viele Ausbildungen gemacht, Reiki, Fussreflexzonen. Ich bin sehr viele Kurse bei Darkly gewesen, konnte noch Detlefsen kennenlernen, habe dort diesen Kavana-Prozess gemacht. Und ja, das hat mich geöffnet, hat mich sensibilisiert, hat mir neue Seiten entdecken lassen. Und trotzdem bin ich da nicht wirklich zufrieden gewesen. Es hat mich ständig vorwärtsgetrieben wie ein innerer Impuls, bis ich dann schlussendlich den Lichtkörperprozess entdeckt habe. Und das war ein einschneidendes Erlebnis. Das hat dann wirklich meine Welt, meine innere Sicht der Dinge, meine Wahrnehmung und die Verbindung zur geistigen Welt vollständig verändert. Ja, spannend. Der Lichtkörperprozess ist immer mehr auch in aller Munde. Viele reden darüber. Und natürlich würde uns jetzt ganz stark interessieren, wie würdest du diesen denn für dich beschreiben, diesen Lichtkörperprozess? Also was ist überhaupt der Lichtkörper? Ja, grundsätzlich ist es natürlich ein riesiger Kokon aus Licht, auch aus hochfrequentem Licht, aus göttlichem Licht, der spontan geweckt werden kann, aus der geistigen Ebene, weil die Zeit reif ist. Bei mir war es so, dass ich den aktiv geöffnet habe, aktiv aktiviert habe. Und zwar geht es um den neuen Lichtkörper. Und die Idee des neuen Lichtkörpers ist es, dass du Strahlen der Göttlichkeit und des Erwachens in deine Aura einwebst. Das sind sehr stabile, permanente, hochfrequente Strahlen. Und die beginnen dann, dein Bewusstsein zu erweitern, beginnen all die Begrenzungen und Illusionen, die wir so tragen im menschlichen Leben, in der dritten Dimension, sichtbar zu machen, sodass du dann entscheiden kannst, uff, da hat es etwas, das begrenzt mich, das verändere ich. Oder ich behalte es. Diese Entscheidung ist natürlich jedem freigestellt. Und so beginnt sich die Zellfrequenz zu verändern. Erinnerungen, die in den Zellen da sind, werden wach. Solche, die dich begrenzen, sodass sie angehoben werden in diesem Licht. Begrenzungen, die im Mentalkörper, im Emotionalkörper da sind, sodass eigentlich dein Raum im Physischen, mit all diesen Körpern, die wir da tragen, dass der mehr und mehr zu einer Einheit wird, mit diesem hochfrequenten Licht der Göttlichkeit verbunden und deine Resonanz durch die Anhebung der Frequenz in der Welt eine andere wird. So beginnt sie dann, dein Leben über Resonanz, über Frequenzen zu verändern. Ja, da sind ja von dir eben auch schon grundsätzliche göttliche Prinzipien und Gesetze angesprochen. Also zum Beispiel das Gesetz der Resonanz. Also, dass man das auch anzieht, was man aussendet. Und du sagtest eben ja auch schon zwischendrin, dass es die Zeit jetzt reif ist. Also hat das auch was mit der allgemeinen Schwingungserhöhung zu tun? Heisst das also, dass der Lichtkörperprozess erst jetzt in dieser Phase der Evolution für uns möglich wird? Ja, ich glaube, also so wie ich es wahrnehme, gibt es natürlich verschiedene Phasen oder Wellen vom Lichtkörperprozess. Und eine erste Welle war 1987 mit dieser astrologischen Konvergenz, die wir da hatten. Und in dieser ersten Phase ging es darum, dass die Lichtarbeiter, die für diesen Lichtkörperprozess, die am Erwachen sind, um die Veränderungen physisch einzuleiten, dass die zuerst ins Erwachen kamen. Das sind dann noch nicht die Menschheit, das Kollektiv gewesen. Und bei mir ging dieses Erwachen im 2004 los, eigentlich so in einer zweiten Welle. Und ja, ich durfte jetzt fast 20 Jahre diesen Lichtkörperprozess durchschreiten, ganz viele Schritte darin erleben, sodass ich jetzt wieder für viele Menschen im Kollektiv da sein kann und sie in ihrem Prozess begleiten kann. Und seit 2020 ist natürlich dieser Lichtkörperprozess eine kollektive Sache und findet planetar statt. Das können wir natürlich sehen durch die Pandemie, die stattgefunden hat, dass sich da alles, wirklich alles verändert. Und die Menschen werden erst jetzt langsam erkennen, dass viele Sachen, die sie vorher machen konnten, irgendwie jetzt gar nicht mehr so machen können. Weil natürlich in ihrem System Veränderungen stattfinden, die sie auf den Weg bringen, wo sie sich mehr dafür interessieren, ja, was mache ich hier eigentlich? Und für was bin ich da? Und was macht mir wirklich Freude? Nicht, dass das gerade alle betrifft, aber sukzessive werden immer mehr Menschen in diesen Prozess hineinbewegt. Entweder aktiv oder dann passiv. Wenn es passiv geschieht, ist es natürlich unangenehm. Und wer hier aktiv wird und auf die Suche geht, ja, der kann mitgestalten. Ja, aber was meinst du, wird aus einem passiven Geschubstwerden dann auch ein aktives Gehen und Freude daran entwickeln? Nicht automatisch? Nicht unbedingt automatisch, aber ich hoffe es für den Menschen. Ich hoffe es für ihn oder sie, dass sie dann da aktiver wird. Und es ist natürlich klar, je mehr Menschen immer wachen sind, je mehr Menschen sich auf diesem Weg, ob sie jetzt sehr spirituell sich orientieren oder nicht, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber sie verhalten sich anders, sie bekommen ein anderes Bewusstsein, sie denken über Dinge anders, sie fühlen sich anders mit den Menschen, mit Situationen verbunden. Also da sind sehr viele unterschiedliche Bewegungen da, wo das Leben nicht mehr einfach so weitergeht in der Norm, wie wir das vor der Pandemie hatten. Und nur für den meisten Teil der Menschheit ist der Prozess im Moment eigentlich unbewusst. Also er hat schon begonnen, bei ganz vielen ohne dass sie es wissen, aber er führt letztendlich auch zum Erwachen und in die Transformation. Das ist also ja letztendlich wahrscheinlich auch unvermeidbar. Die Frage ist eben, ja wie so ein Wecker, wenn der Wecker klingelt, der eine hört den R, der andere später und jeder steht dann auch zum anderen Zeitpunkt auf. Aber generell hat der Wecker für die Menschheit schon geklingelt, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Und weisst du, Transformation und die Entwicklung des Planeten geht nicht unbedingt nur in die Richtung, dass alle spirituell werden. Er geht in eine Richtung, wo sich einfach diese Welt, in der wir leben, vollständig in einer Veränderung ist. Diese Veränderung hat viele Perspektiven. Die eine ist die Technik, Digitalisierung, auch Gesundheit. Und im Moment geht es darum, dass die Menschheit entdeckt, wie können wir global die Probleme, die wir auf dem Planeten haben, lösen. Also ist das Ausdruck des Einssein und der Einheit, die vermehrt in der Menschheit stattfinden möchte. Und hinzu kommt, dass die Menschen über ihren Empfindungskörper spüren, ob etwas für sie stimmig ist und in die richtige Richtung geht oder ob es für sie und ihren Weg nicht stimmig ist. Das ist so eine Ebene, die über diese göttlichen Teilchen gesteuert wird und über eine Empfindung, eine Ganzkörperwahrnehmung in den Menschen jetzt viel bewusster da ist. Und wenn sie es trotzdem nicht wahrhaben möchten, dann rebelliert der Körper. Ja, da sehen wir dann Symptome, die uns auffordern, eben zu handeln oder mal hinzuschauen oder uns das ins Bewusstsein letztendlich rufen. Und Bewusstsein scheint mir ja auch nochmal ein Schlüssel zu sein, wie du gerade sagtest, um diesen Lichtkörperprozess dann vielleicht auch aktiv zu unterstützen. Was kann ich denn da tun? Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe es bisher unbewusst gemacht, das heißt ja letztendlich, es startet eh schon. Und wenn ich dann in das Bewusstsein komme, kann ich das aktiv unterstützen? Ja, auf jeden Fall. Bedingung ist natürlich, dass ich mich öffne, dass ich erlaube, dass es mehr gibt wie nur das physische Leben und dass es da Verbindungen gibt und einen höheren Anteil von mir, der sich mit mir im Physischen verbinden möchte. Dass Energien Licht da sind, die meinen physischen Körper viel stärker durchdringen, als dies vor 10, 20 Jahren der Fall war. Ich habe ein ganz interessantes Erlebnis gehabt. Wie alle bin ich früher, hatte ich auch immer die Grippe. Meistens im Februar hat es mich immer erwischt. Und dann mit dem Lichtkörperprozess ist etwas Erstaunliches geschehen. Zu Beginn hatte ich ganz normal diese Grippe. Und irgendwie habe ich gespürt, etwas ist anders. Dann kam das nächste Jahr. Da habe ich mich dann sehr bewusst damit auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, dass im Februar oft sehr kristalline, ist der Winter, sehr kristalline Energien zur Erde kommen. Und diese kristallinen Energien filtern wir mit unserem Bewusstsein. Und wenn jetzt die Menschheit kollektiv diese Energie nimmt und vom Bewusstsein her so filtert, dass es wieder eine Grippewelle auslöst, dann findet eine Grippe statt. Und dann habe ich gespürt, hey, ich muss das anders betrachten. Ich sehe das jetzt nur als eine Energie, als kristallines Licht, das hereinkommt und ich möchte das jetzt bewusster aufnehmen und in meinem Körper, im Lichtkörper, in den Energiekörpern verankern. integrieren. Das Erstaunliche war, dass ich nicht wirklich mehr eine Grippe hatte. Ich hatte zwar Gliederschmerzen, ich war müde, aber ich hatte kein Fieber mehr. Ich war nicht wirklich krank, ich konnte mich ganz normal bewegen, aber diese Gliederschmerzen waren noch da. Im Jahr darauf, wieder Februar, das ähnliche Spiel, aber dieses Mal erlebte ich die Gliederschmerzen viel weniger. Und im übernächsten Jahr wieder erlebte ich, wie soll ich das sagen, ja, fast einen einen extatischen Zustand, dass die Energien nun nicht vom Bewusstsein in etwas gefiltert werden, was das Kollektiv jedes Jahr tut, sondern dass ich vom Bewusstsein her das viel reiner integrieren konnte. Und das hat dann zu einem Zustand geführt, der wohlig war, wo ich fast extatische Zustände hatte, weil die Energie nun viel reiner durch mich fliessen konnte. Und das hat mir gezeigt, dass wir eigentlich alle Energien, die zur Erde fliessen, immer durch die Geschichte, die wir haben, durch das kollektive Gedächtnis, das da ist, durch das kollektive Bewusstsein in etwas manifestieren, was sich dann eigentlich ja unangenehm äussert. Und vom Lichtkörperprozess her wird es dann möglich, die Dinge anders zu sehen und die Energien so wie sie sind und wie sie gedacht sind zu nehmen, um eigentlich unsere Frequenz zu erhöhen, um in extatische Zustände zu kommen, um Glückseligkeit zu erleben. Das zudem. Sehr schön. Also ja, letztendlich sind Krankheiten ja auch immer wieder ein Symbol für uns, als Seele hinzuschauen, was kann ich transformieren, was kann ich verändern oder ja, was ist da an vielleicht Betrachtungswinkel, so wie du es gerade sahst. Du siehst die Sachen dann mit anderen Augen, du bewertest das ja dann auch ganz anders. Ist das eben ja durch das Erwachen, was ja nun kollektiv auch stattfindet, was vor 20 Jahren ja so noch nicht war, wie wir vorhin schon erörtert haben, wird das uns generell dann eben auch alle erfassen, dass sie jetzt mit der Grippe in Zukunft eben da gar nicht mehr mitmachen müssen, weil wir diesen Blick insgesamt verändern. Also das ist ja dann wahrscheinlich etwas, was ja auch unterbewusst zum einen stattfindet, aber irgendwann auch ins Bewusstsein kommt, dass man sich davon abkoppelt sozusagen oder es anders verarbeiten kann. Ja, sicher, auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt und es ist natürlich klar, dass es immer Menschen braucht, die den Weg auf diese Weise vorangehen und dann können andere leichter folgen, weil sie ja den Impuls haben oder in Resonanz mit dem gehen. Aber ich bin überzeugt, dass wir dahin kommen. Nur könnte es auch sein, dass für, nehmen wir dieses Beispiel, dass für dieses Beispiel nicht das Bewusstsein spirituell dafür offen ist, aber dass es ein Gerät gibt. Sobald du Anzeichen von dem hast, wirst du vielleicht von dem Gerät gescannt und das sorgt dafür, dass du die Energien anders integrierst. Und weil es das Gerät gibt, das diesen Effekt hat, beginnt sich auch das Bewusstsein bei den Menschen zu verändern, dass er erkennt, alles ist Energie und wenn ich das Gerät anwende, dann kann ich diese Energie, die da jetzt hereinfließt, so integrieren, ohne krank werden zu müssen. Und dann, das ist das, was ich mit der Technik meine, dass es wahrscheinlich Techniken geben wird, die den ähnlichen Effekt haben wie bei spirituell orientierten Menschen, Menschen, die das Gleiche über das Bewusstsein oder über höhere Verbindungen mit ihrer Seele oder über Heilungstechniken erreichen können. Oder wenn wir das tun, dann wird es auch im physischen Leben ein Gerät geben, das das Gleiche tut. Das ist dann nicht die Endphase, aber ein Zwischenschritt. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja dann eher ein Hilfsmittel, um sozusagen wie eine Gehhilfe erstmal einen Prozess noch zu unterstützen, der dann aber im Ziel das selbstständige Gehen wieder letztendlich definiert hat. Also das kann ja keine Endlösung sein. Nein, sicher nicht. Aber es wird sicher ein notwendiger Zwischenschritt sein, weil der natürlich kollektiv mehr Anklang findet, weil darüber viel mehr Menschen bedient werden können, ohne dass sie da spirituelle Arbeit oder Öffnungen eingehen müssen. Und das Endziel wird dasselbe sein. Ja, schön. Wie würdest du denn die Situation jetzt einschätzen, wenn du bist ja nun schon viele Jahre auch auf dem Gebiet aktiv, wie du gerade geschildert hast, werden es denn immer mehr Menschen, die diesen Lichtkörperprozess jetzt schon erleben? Das heißt, siehst du eben wirklich, dass da jetzt ein Rieseneffekt der letzten zwei Jahre schon zu sehen ist, dass da viele jetzt von ergriffen sind? Ja, ich glaube schon. Also es sind natürlich immer wieder Wellen. Und vor der, also im 2012, vor 2012 war eine relativ große Welle durch den Maya-Kalender, wo sich viele fragten, was geschieht jetzt? Und sich natürlich dann orientiert und geöffnet haben und gewartet haben auf den großen Durchbruch, auf die große Veränderung, die dann natürlich so nicht stattgefunden hat. und 2020. Das sind so Zahlen, wo die Menschen darauf reagieren. Und von dem her interessant ist jetzt einfach, dass die ganze Welt, dass der ganze Planet davon erfasst ist. Und dass die Veränderungen, die jetzt geschehen, die können wir nicht mehr aufhalten. und die Evolution des Lichts auf dem Planeten, aber auch in jedem Lichtkörper, die wird sehr stark zunehmen. bis 2030, also in dieser Dekade. Damit diese Transformation, die damit verbunden ist und die Frequenzanhebung möglichst harmonisch stattfinden kann, sind natürlich immer die Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen gerufen, die hereinkommenden Wellen an Licht und an kristallinem Licht, kristallinen Energien, zu verankern, nach Möglichkeit auch planetar. Und dort werde ich dann immer wieder von meinen geistigen Begleitern gerufen, planetare, individuelle und planetare Energiearbeit zu tun. Denn wenn dieses Licht nicht auf eine, einen Empfänger trifft, der dazu fähig und bereit ist, dann wird es natürlich, dann gibt es Disharmonien. Entweder wird es abgestossen, was sehr unangenehm ist, oder auf die Energiekörper, weil es nicht, weil keine Bereitschaft da ist, sich dafür zu öffnen, wird der Druck erhöht. Und diese Erhöhung des Drucks, die finden wir dann in der Erschöpfung. Darum ist dieses Burnout im Moment so auf dem Vormarsch. Weil all die Energien und all das Licht, das da hereinkommt, findet nicht Empfänger, die dafür offen sind. Und diese Offenheit, ja, die beginnt natürlich dann wieder, weil die Menschen sich dann aus dem System herausziehen müssen, weil sie sich anders orientieren müssen, entspannen müssen, anders mit ihrem Leben umgehen. Und dann gibt es natürlich Öffnungen, bewusste auch und natürlich auch Unbewusste. Aber ganz klar, der Lichtkörperprozess planetar, der ist auf dem Vormarsch und der wird sich in den nächsten zehn Jahren sehr stark beschleunigen. Ja, die Beschleunigung wird ja sicherlich auch dadurch kommen, dass eben jetzt so ein, ja, schon kollektives Erwachen bevorsteht und auch schon eingesetzt hat, von dem du ja gesprochen hast. Wenn wir jetzt als Menschen, und das verstehe ich so, wie du es gerade gesagt hast, ja, als Transformatoren letztendlich, diese Energien, die kommen, empfangen, also uns dafür öffnen und dann in diese Welt hineinbringen, also sprich verankern, aber auch umsetzen, also das ganze Leben, dadurch, dass wir uns selber im Herzen öffnen, so dass wir uns anders begegnen können, dass wir mit einem neuen Bewusstsein, mit einem, ja, neuen Werten sozusagen das umsetzen, was jetzt nötig ist, um den nächsten Schritt in der Evolution vorangehen zu können. dann wird ja diese Beschleunigung sozusagen wie ein Sog sein und noch mehr mitnehmen. Werden denn am Ende alle diesen Lichtkörperprozess erleben? Wie schätzt du das ein? Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind auf dem Weg, dass dieser Planet natürlich zu einem Planeten des Lichts wird, dass dieses Licht, das wir im Moment ja nicht physisch sehen, höchstens, wenn wir uns nach innen bewegen oder wenn wir dafür hellsichtig sind, das wird mit bloßem Auge, mit physischem Auge irgendwann auch sichtbar werden. Auch Lichtsäulen, Lichtportale, die auf der Erde da sind, Kraftorte, die sich auf eine neue Weise auch verändern. Wir sind da sehr am Bodensee aktiv immer wieder, wo wir so ein Kristall aktiviert haben mit einer wunderbaren goldenen Struktur um den ganzen Bodensee herum. All diese Dinge werden natürlich sichtbar werden. Viele Leute spüren das heute, dass sich am Bodensee einiges verändert hat, auch an vielen anderen Orten und aus diesem Spüren wird natürlich auch ein Sehen. Und dann ist klar, wenn dieses spirituelle Licht sichtbar wird, das verändert unsere Welt. Dann geht es nicht darum, ob ich daran glaube oder nicht, sondern dann sehen wir es alle. Und sicher wird es auch hier zuerst Geräte, Instrumente geben, mit denen man das sichtbar machen kann. Und dann werden sich mehr und mehr Menschen daran gewöhnen. Und ja, das Witzige wird sein, dass dann viele sagen, ja, das habe ich immer gewusst. Wenn es dann sichtbar wird. Vielleicht noch etwas oder was ist der Zweck eigentlich vom Lichtkörperprozess und vom Erwachen. Der Zweck ist, dass wir unser Licht hier auf so eine kraftvolle Weise öffnen, entfalten und erweitern, dass es unseren höheren Aspekten möglich ist, immer tiefer ins physische Leben einzufliessen. und wenn dies geschieht, dann hast du zu Recht gesagt, werden wir natürlich immer mehr in dieser Essenz sein, Licht, Liebe und klares, reines Bewusstsein. Und als diese Essenz die Welt sehen, die Menschen sehen, und je mehr Menschen dies tun, desto mehr wird es wieder andere Menschen verändern und in ihr Erwachen bringen. Und wir werden uns nicht nur auf diesen Planeten beschränken, sondern wenn wir mit unseren höheren Aspekten viel physischer verbunden sind, werden wir natürlich die Möglichkeit haben, was wir teilweise durch diese meditativen Reisen jetzt schon erleben, dass wir all die Räume, in denen diese Wesen unserer höheren Anteile präsent sind, dass wir da, dass die, also dass diese Welt unser Zuhause ist. Und trotzdem sind wir physisch da. Genau, das ist dann so, wie auch Jesus sagte, ich bin auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Genau. Also wirke mit einem anderen Bewusstsein in dieser physischen 3D-Ebene, die dann ganz neu belebt wird, also eben mit einem Bewusstsein. Denn das ist ja das, was die sage ich mal alte Welt ausgezeichnet hat, würde ich mal sagen mit zwei Worten, wir haben nicht gewusst, dass wir leben. Und dann kann man eben gar nicht bewusst und tiefer gehend das Leben sozusagen erfüllen. Aber da kommen wir hin. ja und mit einem anderen Licht. Genau, ja. Denn das Bewusstsein bringt das ja mit sich, dass wir dann eben wissen, wer wir wirklich sind. Also Mensch, erkenne dich selbst in deiner göttlichen Art, in deinem göttlichen Sein und damit bringen wir das Licht und die Liebe letztendlich dann natürlich nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein auf diese Erde. Denn die Sehnsucht und das ist ja auch das, denke ich, was uns allen Menschen gleich ist, das haben wir in unserem Herzen ja fest verankert. Das ist der Funke, das ist die eigentliche Quelle sozusagen, die wir in uns tragen und die es jetzt ja gilt sozusagen wieder zu entdecken und uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Ja, es ist ein Samen, der natürlich mehr und mehr aufgeht und der wie ein innerer Impuls da ist. damit wir beginnen zu erforschen, was wir sind, wo wir überall präsent sind und wie wir diese höheren Anteile ins physische Leben bringen. Nun hört man aber auch immer wieder von Symptomen beim Lichtkörperprozess. Kannst du da irgendwas aus deiner Praxis berichten? Wie machen die sich bemerkbar? Oft sind das vielleicht körperliche Anzeichen, inwieweit wirken die und warum sind die überhaupt da? Ja, du kannst dir vorstellen, wenn einen trockenen Boden und wenn da Flüssigkeit draufkommt, dann ist der Boden ja nicht bereit, das sofort aufzunehmen. Und ähnlich ist es mit unserem Körper, der ist sehr dicht. Licht, wir haben auch viele Dinge getan, zum Beispiel wenn jemand Leistungssport gemacht hat, Unfälle, die stattgefunden haben. Das sind alles Dinge, die zu einer Verzerrung führen, zellulär, muskulär, aber auch in der Aura. Und wenn jetzt Licht kommt, dann löst das nicht einfach diese Stelle auf, sondern die Stelle beginnt sich meistens dort zu verdichten, weil das ein Effekt ist, den wir in uns tragen. Wenn etwas auf uns zukommt, dann machen wir meistens so, oder? Und wir haben den Körper auch gelernt, zu kontrahieren. Auch muskulär, wenn wir die Muskeln stärken, dann lernen wir die Kontraktion. Dann hilft es, es, wenn wir mit unserem Körper, mit den Zellen dort an dieser Stelle in Kommunikation gehen. Also die Zelle lernen, wenn da so eine Energie kommt, wenn da Licht kommt, wenn da Liebe kommt aus den höheren Ebenen, dann geht es darum, dass du dich jetzt öffnest und das aufnimmst, diese Frequenz integrierst und dich nicht zusammenziehst. Meine Erfahrung ist, dass das sehr oft damit zusammenhängt. Natürlich gibt es auch viele andere Symptome, wo wir einfach ein Muster in uns tragen, das uns mitgegeben wurde durch die Familie, durch das Kollektiv, durch Religion und dann gilt es einfach hinzuschauen, wie denke ich denn darüber? Über Geld, über ja, welche Möglichkeiten gibt mir der Körper? Wie empfinde ich Körper? Sehr viele Lichtarbeiter haben sich natürlich nicht wohlgefühlt im physischen Körper, als sie hier angekommen sind. Die Dichte, die da war, die Kälte, die Enge, die Ablehnung, die Lieblosigkeit, all diese Dinge und dann haben sie, ja, sind sie in irgendwelche Fluchtmechanismen gekommen und können ihren Körper nicht annehmen, wie er ist und dabei ist er das Instrument, das wir hier haben, um diese höheren Ebenen in dieser Welt zu manifestieren und daher ist es dann wichtig, dass wir den Körper wirklich annehmen, dass wir ihn lieben und dass wir einen hundertprozentigen Bezug und im Körper präsent sind. Und das sind so Prozesse, ja, die sind sehr unterschiedlich, sind individuell und da hilft es jedem, wenn er ganz genau hinschaut, wie denke ich denn über diesen Körper, wie empfinde ich diesen Körper und sich da aussöhnen kann. Ist natürlich auch sehr viel Missbrauch geschehen mit den Körpern und ja, da gilt es sich auszusöhnen. Das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. Und es dient immer nur dir. Es geht nicht so sehr um den anderen, sondern es geht um dich und deinen Körper. Ja, bei dieser Aussöhnung, da kommt die Kraft zu dieser Heilung, dass man in die Heilung letztendlich kommt und damit dann auch zur Selbstliebe und zur Annahme dessen, was man selber ist. Wie würdest du denn den Aspekt noch mit bewerten, der ja in vielen Therapien auch und auch der Aufarbeitung von ja, letztendlich Traumaltern immer wieder zur Sprache kommt? Das sind andere Leben. Haben die auch bei diesem Prozess einen Faktor, der sozusagen gelöst werden möchte, der angeschaut wird? Oder ist das damit raus? Anfang dieses Jahres habe ich die Information bekommen, dass wir eigentlich frei sind von diesen Dingen. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie ich darüber denke und wenn ich natürlich der festen Überzeugung bin, dass frühere Leben einen Einfluss auf mein jetziges Leben haben, dann ist es so. Wenn ich mich davon löse und davon frei werde, dann kann ich natürlich einfach schauen, was ist denn jetzt im Moment da? Und wenn ich dies, was im Moment da ist, heile, dann haben wir und wir leben in einer Zeit, wo eine Verbindung durch Zeit und Raum da ist, um die Heilung, die ich jetzt im Moment tue, auch in die Vergangenheit und in die Zukunft einen Effekt hat. Wenn ich mit dem Glaubenssatz, das vergangene Leben Einfluss haben, weitergehe, dann bin ich natürlich gefordert, hier dauernd in der Vergangenheit zu heilen. Das ist dann eine heilere Aktion oder ein Heileffekt, der hört nie auf. Und darum ist es sehr wertvoll, wenn ich weiss und mir sagen kann, was ich jetzt in dem Moment heile, weil es da ist, weil es sich zeigt, wird es auch eben in die Vergangenheit und in die Zukunft seinen Effekt haben. Mir hat das sehr gut getan, weil ich dann gesagt habe, hey, jetzt zählt nur der Augenblick. Der Moment, in dem wir präsent sind, ist so schöpferisch, dass der Einfluss nimmt auf die Vergangenheit und die Zukunft, ohne dass ich da lange forschen muss und Heilsarbeit machen muss, die mich zeitlich und energetisch sehr in Anspruch nimmt. Ja, das ist sehr schön und sicherlich hat das, wie du sagst, ja auch mit der Zeitqualität, in der wir leben, eben zu tun, was vielleicht vor vielen hunderten Jahren nicht möglich war oder vielleicht auch nur vor 20 Jahren schon noch nicht möglich war, ist jetzt möglich und das zeigt ja auch nochmal, was für eine brillante Zeit wir jetzt erleben, obwohl sie natürlich sich auch erstmal für ganz viele auch sehr unangenehm äußert, aber wir wissen ja, dass eben gerade die Zeitabschnitte in unserem Leben, die eher eine Krise darstellen, die Chance eben in sich bürgen, in ganz besonderer Art eben daraus zu erwachsen und daran zu reifen und ich denke, in diesem Prozess stecken Dinge verändern und Heilung dann eben multidimensional und zeitlich und räumlich unabhängig letztendlich geschehen kann und das gilt dann auch eben gerade wenn man vielleicht noch Verbindungen hat, die nicht geheilt sind zu Verstorbenen, auch die können sich dann sozusagen im Hier und Jetzt durch die Arbeit eines Selbst dann eben teilen und ausgleichen und dieser Ausgleich das ist ja vielleicht auch dieses Thema, dass es in Harmonie kommt, dass es wieder im Balance kommt, was in der vielen Inkarnationsphasen dann eben aus der Balance geraten ist, welchen Anteil würdest du dann auch diesen verschiedenen Seelenanteilen zu bemessen? Es wird ja immer wieder davon auch gesprochen, dass da, wo offene Themen sind, auch von uns Energien noch gebunden sind, kommen die dann auch wieder alle zu uns zurück und welche Bedeutung hat das für uns im Hier und Jetzt? Ja, also Sehen und Zweck vom Lichtkörperprozess ist es, dass ich eigentlich beginne zu sehen, was ist denn der Grund einer solchen Verunstimmung, eines Streit, eines Konflikts in der Familie und wenn ich das so klar sehe und in mir verändern kann, eine andere Sichtweise dafür erhalte, ja, dann wird sich die Beziehung verändern. Also ich brauche da eigentlich nicht mal so sehr mit dieser Mutter, diesem Schwager, diesem Bruder das aus, physisch auszutragen, sondern einfach zu erkennen, um was es geht und von dem her mit dem Erkennen beginne ich natürlich Energien zu befreien und diese Verstrickung, die da ist, aufzulösen. Also eigentlich spielt es keine Rolle, wer mit dieser Befreiung beginnt und das ist das Schöne, das heißt, dass du da wirklich in deiner Kraft bist, auch deine Kraft zu erkennen beginnst und der Lichtkörperprozess führt dazu, dass über das Licht, das du trägst, Heilung, die in dir stattfindet, vor beide geschieht. Das kann eine Weile dauern, bis das der andere merkt, aber auch dies beschleunigt sich heute. Und daher bist du derjenige immer, der eigentlich führt und der bestimmt und daher ist die Verantwortung, die du dafür trägst, natürlich grösser, weil du mehr Einfluss nimmst über die Möglichkeit, über den Lichtkörper oder über das, was du im Lichtkörper bist, Heilung, Einssein, Göttlichkeit, Liebe, Erwachen, sowohl für dich, aber auch für andere stattfinden zu lassen. Und das finde ich ein wunderbarer Gedanke, den ich auch immer wieder erlebe, dass wenn ich bei mir schaue, mich in dem verändere, ja, vielleicht durch die Projektion, die mit einem anderen oder durch einen anderen Menschen stattfindet und das zu mir zurücknehme und in mir verändere, dann ist das auch in dieser anderen Person verändert und es kann eine andere Beziehung, eine andere Resonanz stattfinden, ohne, dass der andere das groß merkt. Ja, sehr schön und was mir gerade auch sehr gefallen hat, ist, wie du sagst, wir haben es in der Hand, wir können beginnen und das ist ja das Positive, dass wir in unsere Schöpferkraft kommen, dass wir uns dessen bewusst werden und damit auch eben Gestalter unserer Welt werden und Heilung letztendlich dann auch für andere sozusagen beginnen können und umsetzen können, dadurch, dass wir die Sicht der Dinge verändern und damit dann in die Liebe kommen, in die Vergebung gehen und Heilung damit erzeugen. das ist wohltuend und das gibt einem wieder die Kraft. Ja, und daher ist es auch wichtig, dass wir in dieser Zeit, die auch kommen wird, dass wir all die Bewegungen, die im Kollektiv stattfinden, nicht bewerten, dass wir nicht das Gefühl haben, das ist gut oder schlecht, dieser Mensch will etwas Böses, all diese Urteile gehen lassen und einfach immer wieder schauen, was da geschieht, was macht es mit mir, welche Bewegung innerlich löst es aus und was da ausgelöst wird, dass wir das dann anheben, transformieren und wenn wir das tun, dann haben wir wieder ein Stück dichter Energie freigesetzt, angehoben und wenn das viele tun, je mehr das tun, desto leichter, ja, kann sich die Welt in die Richtung verändern, die wir gerne sehen möchten. Also haben wir auch hier das in der Hand, wenn wir jedoch in eine Verurteilung gehen, in eine Wertung gehen, ja, dann sind wir auf der 3D-Ebene wieder verstrickt und nähren eigentlich die Polarität, anstatt sie durch uns, durch das Licht, durch den Lichtkörper, durch das andere Bewusstsein, das wir für die Welt, den Prozess der stattfindet haben, anheben könnten. Und das ist sicher der allerwertvollste Aspekt, den wir als Erwachende, als LichtarbeiterInnen, als Seelen, die dieser Welt mehr Liebe, Licht und Bewusstsein hinzufügen, in dieser Zeit beitragen können. Ja, sehr schön. Das ist sehr hoffnungsvoll und zuversichtlich. Und wenn du so jetzt in die nächsten, du hast von der Dekade gesprochen, bis 2030, wo stehen wir 2030, was ist da deine Vision, was sagt dir dein Herz, was wird dieser Lichtkörperprozess, den immer mehr Menschen in sich ja initiiert haben und durch Leben dann bewirkt haben bis dahin? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wenn du jetzt nach meiner Vision fragst, dann würde ich sagen, wir bewegen uns Richtung Frieden, Einssein, Wissen, es wird ganz viele Veränderungen und Bewegungen stattfinden, wo wir sehen, dass die Menschheit zusammenwächst. Wir werden eine extreme Beschleunigung bei all den wichtigen Aspekten im Leben sehen, Religion, Beruf, Finanzen, Gesundheit, all diese Aspekte des Lebens werden umgebaut und von dem her werden wir Veränderungen erleben, wo wir gefordert sind, dass wir mithalten können mit der Geschwindigkeit und unser Licht wird extrem zunehmen. Es wird immer leichter sein, mit der geistigen Welt in Austausch zu sein. Wir werden in eine innere Führung, Seelenführung kommen, wo das Leben in Synchronicität und nach dem vielmehr nach dem göttlichen Plan stattfindet. Ich glaube, wir werden auch viele Überraschungen erleben, wo wir staunen, aha, auch das geschieht. Spannend. Jeder auch von uns wird gefordert sein, immer wieder sein Leben zu überdenken, die Richtung, die eingeschlagen hat zu überdenken und auch hier werden wir Erleichterung erleben, dass wir unser Leben immer wieder korrigieren können, dass wir sehr schnell Dinge verändern können und dann sehen, es ist doch nicht das und verändern es wieder. Also Veränderung wird sicher ein großer Teil des Lebens sein in diesen zehn Jahren, aber eine Art der Veränderung, die uns Freude bereitet. Schön. Ja, die immer mit Leichtigkeit auch geschieht. Ganz klar. Roland, ja, wundervoll. Ich danke dir für diesen sehr tiefen Einblick auch in deinen eigenen Lichtkörperprozess und das, was du damit verbindest und wie du die Welt von morgen schon heute siehst. Das denke ich, ja, das sind auch die Dinge, wofür es sich lohnt, genau diese Schritte zu gehen und seinem Herzen letztendlich auch zu folgen. Und je mehr das machen und je mehr das auch in Gemeinschaft machen, umso schöner und umso kraftvoller wird das. Und so danke ich dir natürlich auch, dass wir diese Gemeinschaft hier jetzt weiterhin pflegen, dass du dabei bist beim Channeling-Kongress und beim Channeling-Portal und bin natürlich schon gespannt, was auch von dir so in der nahen Zukunft denn kommt. Hast du neue Projekte, wo du gerade daran arbeitest, worauf dürfen wir uns freuen? Du hast jetzt ein Stichwort genannt, diese Gemeinschaft. Da habe ich gerade noch einen Impuls bekommen. Wir haben ja eine Zeit gehabt, wo wir nicht so wirklich zusammenkommen konnten. Und was ich wahrnehme, ist, dass jetzt die Zeit, wieder zusammenkommen können, dass das einen immensen Effekt auf alle hat, wie wir das noch nie so erlebt haben. Also dass das Licht sich da auf eine Art multipliziert, weil wir physisch zusammenkommen, wo wir wirklich realisieren und merken, wow, so habe ich das noch nie erlebt. Und manchmal, wenn wir mit Freunden zusammenkommen, die auch auf diesem Weg sind, dann spüren wir das, sind natürlich noch nicht viele, aber wenn da so 30, 50, 100 oder noch mehr zusammenkommen, dann wird diese Gruppe ein Multiplikator sein. Und vor allem dieses physische, das wird wirklich sich verändern und darauf bin ich gespannt. Ja, was kommt, wir haben jetzt am Wochenende habe ich dieses Seminar vom Bodensee, wo die Arktorianer uns mit ihren Ausstiegsfrequenzen bedienen werden wo wir eine Art planetare Aufstiegs Lichtsäule mit ihnen öffnen, aktivieren und ja, was im Detail geschieht, das weiss ich jetzt noch nicht, aber das ist so der Überbegriff und dann gibt es das Jahreswebinar, das ist immer eine sehr schöne Sache, das trägt uns da neun Monate durchs Jahr hindurch, das wird auch mit den Arktorianen zusammen sein und das hat den Titel die Vereinigung allen Lebens, Weltendienst mit den Arktorianen für Aufstieg, Erwachen und Erleuchtung und da freue ich mich auch darauf, das findet dann ab April statt und wird dann jeden Monat gibt es einen Abend und so ergibt sich das durch die Gemeinschaft, die da zusammenkommt, wir haben das über digital, also über Zoom findet das statt, gibt sich aber immer ein Feld, das jeden Einzelnen da durch die Zeit trägt und das ist immer sehr beliebt und ja, mal sehen, welche Erfahrungen und Abenteuer wir da erleben können. Sehr schön, ja, das hört sich alles spannend an und schön, dass du auch nochmal auf die Gemeinschaft dann wieder in physischer Form ansprichst, also wir haben das ja auch erleben dürfen mit dem Channeling Kongress 2019, dem ersten, der ja noch physisch stattgefunden hat, was da schon für eine wundervolle Energie im Raum war und waren dann aber auch zutiefst berührt, wie der Online Kongress dann 2020 und 2021 sich entwickelt hat, mit ja, dann letztendlich über 29.000 Teilnehmern und wir gemeinsam eben auch dieses Feld dann schon virtuell aufbauen konnten und gefühlt und gespürt haben und unser Ziel ist es genau wieder in die physische Form natürlich auch zu kommen mit dem Kongress und dann freuen wir uns auch dich begrüßen zu dürfen, dann können wir und da bin ich 100% bei dir und freue mich schon auf den Moment wo das alles wieder dann an der Zeit ist und dann werden sich die Dinge ja wirklich exponentiell noch mal verstärken das würde ich genauso sehen und dementsprechend viel viel Erfolg für deine Projekte und ganz liebe Grüße in die Schweiz und ich freue mich auf alles weitere was wir auch gemeinsam dann noch bewegen dürfen Vielen Dank Herr Roland Danke dir freue ich mich auch Bis dann ganz lieben Dank natürlich auch an dich dass du dieser Sendung hier gefolgt bist hat dich vielleicht in Resonanz gebracht vielleicht achtest du noch mal jetzt auch bewusster auf das was du in deinem Umfeld wahrnimmst wie dein Lichtkörper Prozess für dich jetzt auf einmal bewusster und greifbarer wird uns würde es freuen wenn du vielleicht auch unseren Newsletter abonnierst dann kriegst du regelmäßig Informationen über wundervolle Beiträge all dieser Referenten die mit uns gemeinsam diese Impulse gerne in die Welt hinaus geben du kannst aber auch natürlich diesen YouTube Kanal hier abonnieren die Glocke gleich noch aktivieren dann kriegst du auch regelmäßig News des weiteren haben wir einen Podcast wir sind bei Instagram Telegram und allen wichtigen Social Media Plattformen natürlich präsent und das im Sinne der Liebe und des eine wundervolle Zeit bis dahin Ade